hw deri und scherz wieder zu minecraft life und mit männer ob das gemerkt über neue playlist gemacht dass man nicht den normalen minecraft folgen mit denen zogen oben weil wir das eigentlich mal ist einfach nicht mich so ganz einfach so wie schaut es aus das wirst wieder aber stellen wir sonst er denkt es läuft was hast du jetzt wieder was ist wenig speichert oder was doch ist speichert trotzdem ich in der aufnahme wie das echt gleich bei die dreiviertel die also die höhere aufnahme zirka wo in die einströmung der motor hat dass irgendein grund hat so voll herum gespackt ich weiß aber nicht warum ist jeder richtig was ich nicht achte ich war mir sicher ich habe da hinten schon gepflanzt habe ich da nicht schon gepflanzt habe ich schon gepflanzt habe ich schon gepflanzt habe jetzt schauen wir mal ob da unten gepflanzt ist das ob pflanzt komplett komisch gehen wir raus du schon wieder jetzt mit schärmen zu hallo Schauen wir mal, das gehört auf alle Fälle weg. Oh, wie kann man mal schauen? Ich habe es schon ganz vergessen. Jetzt weiß ich nicht, was wir gemacht haben letztes Mal. Das haben wir gemacht. Genau. Gut, aber was wir brauchen, und das wissen wir auch. Da haben wir jetzt so wieder ein Life in der Wurzern. Wir brauchen einen Komposter. Ja. Ich fand dies jetzt eigentlich noch mal. Das war doch so, oder? Ist der GB? Ja. Halt. Ich weiß noch mal, wie dies war. Wir fahren dies. Mit einem Rucksack. Ich weiß es nicht mehr. Also auf alle Fälle. So. 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 Na. 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 Wir können jetzt ganz hinten die scheisse Rucksacke. das sind die ganzen, also. Halt. Toll. Und stopp. Das ist das... Werkbank rucksack das verstehe ich sowieso nicht. Was. ich weiß das nicht mehr wie es war das ist das problem war dies auf alle fälle gebraucht ist mehr komposter gab den kinder und sogar mal was kann man die die platten einig das ist ja auch mal egal was macht mein sohn und immer mal den oder der schock irgendwie so wie schaut es aus so kurz ins picke das wieder tag ist und dann gehen wir auf kurze bambussuche ich hoffe dass da nicht zu sehr legt und auf der sitze eine zu sehr in der aufnahme hängt wir müssen die nur so gleich gefällt gehen wir mal einfach gehen wir die gemeinti richtung der berg heute braucht man braucht man ist eine zu viel vergessen braucht man zu essen dass wir das bewerkstelligen kennen wo haben wir sind dort und ich glaube ja wohl da sind so jetzt aber entschuldigung entschuldigung so die schüsse schüler vergessen die schwebende insel die schwebende insel dann waren wir aber ich glaube noch nicht da hinten gehe formal um die hand das waren die du eigentlich nichts interessant oder waren wir schon mehr hinten oder ich glaube wir fahren wir schon mehr hinten haben wir jetzt ein bisschen brauche bis wir was finden aber es ja wurscht dem braucht man unbedingt den vielleicht mal die sounds von minecraft lauter machen kann man lauter marke die momenten optionen musik sieht es ja eher aus so was für die umgebung spiele noch mal so auch freundliche kreation hat ist ich denke das war das wetter machen wir lieber auf 10 jahre das war nicht immer so ich weiß nicht warum das so ist aber das ist immer extremst laut aber ich darf mir nicht so viel laufen es mir aufgefallen es verbraucht einfach zwei ja ein bisschen leise müssen wir spielen wenn das nicht laufen gehe einfach normal einfach normal gehe ok es ist schwierig es ist so schwierig dass man normal geht wahrscheinlich laufen jetzt genau auf wasser zu die ganze zeit interessant da hinten ist glaube ich schwarzeichen holz ich bin nichts mit lauf vor wie gesagt gehen wir jetzt einfach mal in die richtung weil wir jetzt in der boot bauen nur das mit bambus kriegen hier das eisen ist immer schon mit wenn das so offen eisen rumliegt das schlagen wir natürlich nicht aus es kann es natürlich sein dass man irgendwann einfach mit jader ausschalten wenn es einfach zwei leistung zieht es schaut zwar um einige china aus aber bis jetzt habe ich nicht so einen krassen pc vielleicht irgendwann mal aber die staffel geht jetzt ja vorerst mal nicht ewig sondern bloß ein bisschen dahin dass wir da was anders am platz findet was ist denn da los da waren schafe interessant das habe ich noch nie gesehen schwarzeichen inseln das ist ja mal cool eigentlich oh, schüter das ist auch so was ich weiß nicht was mit meiner schüter los ist seit seit einem halben jahr oder so ob immer ich kann mir schüter nicht mehr richtigen themen so zum einschenken zum beispiel so typische einschenk bewegung wenn man so ein arm so trat das kann ich teilweise gar nicht aber es ist irgendein grund weh tut ich weiß nicht warum es ist einfach so fps trotz so viel jetzt ist dann auch nicht so computer das sind das war das bammus perfekt man nicht mehr so weit gehen müssen sind es für bambus nicht sehen das wird es bloß noch fehlt war dort was ist dort das ist das trottel bambus gleiche oder oder das war eigentlich lange klappt schon das war eine weiße monster das haben wir schon mal kurz in der anderen schon ungefähr so aus wie die ist so wieso als wie der pilz da sind ich habe nur nix engel grünen blätterpilze in minecraft cool boah jetzt hängt es aber übelst was ist denn jetzt los vielleicht mal jetzt sichtweite weiter zurückstellen was ist denn jetzt los schule trotz ist oder ich glaube das wachs nicht so hoch glaube ich also wurscht hauptsache mir mal ein bisschen bambus was braucht jetzt so viel leistung wahrscheinlich weiterstellen es wird einfach mal ein bisschen ab und zu stehen bleiben ich habe mir sogar auch vorhin nicht mehr geschaut dass ich gärten finde ist mir größt wieder eingefallen dass du ja gärten geben könnt ich glaube bei uns gibt es die bloß nicht in die sektoren glaube ich sogar ich glaube ich insgesamt jetzt zwei oder drei gärten herumfliegen da vorne war vielleicht ein bärengarten das könnte ein kräutergarten sein hallo jawohl das kräutergarten aber das hängt vielleicht ganz schön jetzt das ist da also am schwierigsten wäre wahrscheinlich der bodengarten zu finden sei wie es so wie der ausschaut aber der war schon schwer wo ich den kustobie ausschaut er schaut auf der grafik ja noch mal ein bisschen anders aus als wie dann im spiel hallo guten tag und da hinten ist ein pilzgarten nehmen wir jetzt auch mal mit was sonst ist doch glaube ich jetzt gerade nix an gärten und so schau mal die ist ach wie geil die ist richtig geil aus kann ich die somit immer wenn ich jetzt auch mal ob da nicht aber klar muss ich ob schneiden aber so kein problem das gefällt mir auch schon wieder dort mit so einem ding mit so einer als auch in den cdo ich habe immer ziemlich nah und unserem haus schwarzeichen biome gestartet und das war sie noch haben wir dann einfach das zu rundum gegangen und doch schon oder haben wir dann schon mit dem boot rundum von die boss ist nämlich gewonnen schule so lange inzwischen so so der um der um der um jetzt auf ok sehen wir mal ein bisschen mehr ich glaube müssen wir in die richtung so so bissel dass wir wieder zurück finden wenn ich jetzt mal gewonnen ja so kleine kuren die auf dem schein vielleicht muss man einfach wieder die inseln zurück gehen und das habe jetzt auch nicht denkt ich denke mal schon ja hoch hoch na gehen wir einfach mal gleich da oben ist ja wurscht wir müssten so oder so da oben wieder so komm bei uns einfach mal im morz steuer einfach mal wo gleich rauskommt aus dem wasser oh mei 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 oh ist das sushi einfach äh 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 ist du eh wurscht rüber rüber über das machine ist jetzt wir haben jetzt normalen minecraft stuhr mit die welt machst dann findest du den nirgends und wie haben wir den jetzt einfach nämlich die schöne dran jetzt wird es dann später noch merke immer mal wieder bei uns sind oder wie sie sagt mal wieder woanders sind und dann das die laba da müssen wir doch glaube ich auch nicht immer damit auf dem berg auf finanzieren was normal glaube ich normalerweise da hat man zu hause singen wir müssen extrem lautes essen der schmatz der wirklich extrem ich möchte bloß in unser haus finden hallo haus schau mal ich bin jetzt doof oder so ich merke es gerade selber nicht dass ich extrem falsch bin oder super wo ich das jetzt eigentlich vermeiden sind ich bin jetzt blut hm wo ist dieses doof hm 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 es muss aber unser ort sein hm Hä? Bin ich jetzt blöd? Ähm... Ich glaube ich hab ein bissl voll laufen. Schauen wir mal kurz da. Den wir mal kurz auf volle Knie einstellen. Dass wir ein bissl was sehen. Äh... Hä? Bin ich jetzt blöd oder so? Gehen wir mal da oben. Äh... Du gehst noch mal auf, oder? Ja wohl. Hä? Bin ich jetzt blöd? Hä? Ich denke das ist unser Berg. Ah ja. Ah ja, okay. So schaut es also aus gerade. Wahrscheinlich ist das Spiel gerade abgeschmiert oder so. Fertig, fertig. Ding. Ähm... Da es gerade nicht läuft. Bin jetzt einfach mal die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Also... Wir sehen uns dann am Freitag wieder bei Minecraft. Und ich schau jetzt noch, ob ich irgendwie wieder zurückführe. Also... Auf Wiedersehen. Schau dir die...